Gerade mal 18 Jahre alt und schon kann er auf einige Erfolge zurückblicken. Daniel Abt aus Kempten steckt mittendrin im Motorsport. Champion der ADAC Formel Masters, letztes Jahr der zweite Platz im deutschen Formel 3 Cup. Er hatte schon immer Benzin im Blut. Also die ersten Schritte waren für mich definitiv der Kartsport. Ich meine, das ist eigentlich so die Basis oder die Schule, die eigentlich die meisten dadurch laufen. Da habe ich angefangen mit, ich glaube, sechs Jahren, meine ersten Rennen zu fahren. Da war es natürlich nur Hobby und Spaß mäßig. Sich in der Familie Abt mit Motorsport zu beschäftigen, ist natürlich schon fast Pflicht. Aber was ist das Faszinierende daran? Das ist einfach das gesamte Paket, das ganze Umfeld. Natürlich die hohen Geschwindigkeiten mit so einem Auto wirklich am Limit zu fahren. Diesen Adrenalin, den Stoß, den man da bekommt, wenn man im Fahrzeug hockt. Den nächsten Adrenalinkick wird es in Frankreich geben. Diesen Freitag startet in Le Castellet die neue Saison und Daniel Abt ist als jüngster Fahrer mit dabei. Im neuen Auto und in einem neuen Team. Ja, man gewöhnt sich daran, dass man der Jüngste ist. Also ich meine, es ist natürlich eine Herausforderung und macht Spaß. Das Team habe ich jetzt im letzten Jahr frisch kennengelernt und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Das Auto ist zwar in Anführungsstrichen neu, aber ist nicht viel anders als das, was ich letztes Jahr gefahren bin. Von dem her fühle ich mich da recht vertraut und freue mich auf die Aufgabe. Zu hohe Ziele steckt sich der 18-Jährige aber nicht. Zuerst will er abwarten, wie das erste Rennen läuft, damit er seine Mitstreiter besser einschätzen kann. Seine Ziele für die weitere Zukunft und die Karriere hat er aber schon klar im Blick. Ich habe jetzt natürlich schon den Plan, in die Formel 1 zu kommen, habe aber jetzt nebenbei noch eigens eine Firma gegründet. Wie gesagt, jetzt nach dem Abschluss mit der Voss, zusammen mit Freunden, die im Prinzip einen Teil der Firma Abt Sportsline übernommen hat und verfolgt. Aber natürlich Hauptziel und Hauptaugenmerk ist Motorsport und der Plan ist es, irgendwann in die Formel 1 zu kommen und damit Geld zu verdienen. Das Fieber des Motorsports, die Faszination der schnellen Autos, werden Daniel Abt vermutlich nicht mehr loslassen. Und es steht fest, er wird sich in die lange Geschichte und Tradition der Familie Abt einreihen und ihr noch einige Auszeichnungen mehr hinzufügen können.